Herzlich willkommen ihr Astronomiebegeisterten. Es ist wieder einmal Zeit für ein neues Mach-Mit-Video, denn ihr habt mir genügend Einsendungen zugesandt. Für die, die es nicht kennen, in aller Kürze, in dieser Videoreihe ist es an euch, eure Beobachtungen, eure Fotos, eure Berichte an mich zu senden und ich zeige dir immer, wenn etwa 8 bis 10 davon zusammengekommen sind, in einem Video, bespreche sie und so können wir alle an euren tollen Beobachtungen teilhaben. Wie das Einsenden genau funktioniert, findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie meine E-Mail-Adresse, wo ihr die Beiträge hinschicken könnt. Und nun viel Spaß! Unser erster Beitrag kommt von Dietmar Wachter und ist etwas, was wir noch nie im Mach-Mit hatten. Es ist keine klassische astronomische Aufnahme, dennoch etwas, das von der Sonne ausgelöst wird. Das Foto ist vermutlich das Beste, das ich von Wolken bzw. Dämmerungsstrahl bisher gesehen habe. Diese Strahlen entstehen, wenn die Sonne schon sehr tief steht und viele kleine Wolken am Horizont vorhanden sind. Sprich, das, was wir hier sehen, sind eigentlich die Schatten, die durch die Wolken entstehen und die durch die Perspektive so aussehen, als würde sich ein riesiger Fächer vom Horizont nach oben erstrecken. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, seht doch einfach mal im Internet unter Dämmerungsstrahlen oder Wolkenstrahlen nach, da findet ihr jede Menge zu diesem Phänomen. Interessant wäre noch die Zeit und die Belichtung, die du dabei verwendet hast, denn die Strahlen müssten sich ja eigentlich in der Sonne treffen, sprich, das Foto müsste zu einer Zeit entstanden sein, wo die Sonne schon deutlich unter dem Horizont stand, wenn man sich das so ansieht, und dann hast du vermutlich wieder lange belichtet, sonst hätte man wohl nicht diese Bildhelligkeit. So oder so, wenn du uns noch mehr Informationen zukommen lassen kannst, gerade über die Aufnahmesituation und so weiter, würde ich mich sehr freuen. Aber es ist wirklich ein beeindruckendes Bild geworden und daher vielen, vielen Dank Dietmar, dass du uns das geschickt hast. Wirklich super. Ich wünschte, ich würde sowas selbst auch mal sehen können. Der nächste Bericht kommt von Andreas Schneider. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Dass man, wenn man einmal im Hobby ist, immer was Größeres, Besseres, noch Schöneres haben möchte, das kenne ich nur zu gut. Ich habe allerdings das Glück, dass mich meine Frau deswegen nicht verflucht, sondern mich durchaus unterstützt, solange es finanziell im Rahmen bleibt, den wir uns auch leisten können. Und wenn ich mir das Bild ansehe, dann denke ich nicht, dass wir hier von einem Anfängerbild sprechen können. Tolles Bild, tolle Bearbeitung. Da du schon um konstruktive Kritik bittest, fällt mir als erstes auf, dass die Spikes an den Sternen nicht 100% fein sind, sondern sich am Ende aufspalten, leicht auffächern. Das könnte zum Beispiel an der Spinne des Fangspiegels liegen. Wenn die ein bisschen verdreht ist, dann entstehen genau diese leichten Auffächerungen, dass die Strahlen nach außen hin immer breiter werden. Sieh dir das doch mal an, das könnte ein kleiner Optimierungstipp sein. In Summe aber tolle Aufnahmen, tolle Strukturen. Mach bitte weiter so und ich freue mich schon riesig auf weitere Einsendungen von dir. Natürlich hat uns auch wieder Thomas Enzmann geschrieben und jede Menge geschickt. Zuerst hat er mir eine Variante geschickt, wo noch drei Sterne gefehlt haben und dann später, wie ihr gleich sehen werdet, aber auch noch das Komplette. Ich möchte trotzdem beides zeigen, wenn du mir schon beides geschickt hast, denn so sieht man gut, wie diese Zusammenstellung nach und nach entsteht. Gerade wenn ihr mir größere Dateien schickt, ist natürlich eine Cloud wie Google Drive oder ähnliches, wo ich sie dann runterladen kann, eine ideale Lösung. Ich zeige deine Zusammenstellung jetzt absichtlich nur in der Auflösung, die YouTube hier bietet. Zoome nicht hinein, denn ich denke, wenn jemand wirklich die hochauflösende Variante haben möchte, dann soll er dich anschreiben und die nicht irgendwie jetzt aus meinem Video rauskopieren. Aber ich denke, man sieht sehr schön, welche Arbeit das war und wie wunderschön die Zusammenstellung deiner Sterne ist. Und nun, du bist im Internet genug vertreten, dass ich denke, man kann mit dir in Kontakt treten, wenn man eine höher aufgelöste Variante möchte, beziehungsweise könnt ihr sonst auch mir schreiben und ich leite es dann weiter. Ich denke, Thomas wird da nichts dagegen haben. Du schreibst, dass das Blatt insgesamt eine Größe von DIN A0 hat und jedes Bild etwa DIN A5 groß ist und dann kann man sich die Auflösung, glaube ich, recht gut vorstellen. Was mich begeistert ist, dass du schon so schöne Ergebnisse hast bei etwa 5 Minuten Aufnahmezeit pro Bild. Ich hätte jetzt, wenn ich es so gesehen habe, auf deutlich längere Aufnahmezeiten getippt. Und ich gebe dir absolut recht, es ist nicht nur der Stern in der Mitte interessant, sondern auch vor allem, was rundherum so zu sehen ist und was sich da im Hintergrund noch alles tummelt. Tolle Zusammenstellung, wirklich super. Vielen, vielen Dank, dass du uns die zugesendet hast und ich werde dir auf jeden Fall mit deiner Erlaubnis im Unterricht einsetzen, da man gerade die Sternenfarben und die Unterschiede wirklich enorm gut sehen kann. Und es wäre nicht Thomas, wenn er uns nicht noch mehr geschickt hätte als diese Zusammenstellung, du bist wirklich fleißig und die Regionen im Sternbild schwaren, finde ich immer besonders beeindruckend. Ach ja, da ich es noch nicht erwähnt habe, natürlich würde ich auch hier wieder bitten, pausiert das Video kurz und lest euch die Texte komplett durch, da wenn ich alles vorlesen würde, aus dem Rahmen des Videos sprengen würde. Er solltet euch trotzdem die Berichte, die so gesendet werden, nicht entgehen lassen und komplett lesen. Wirklich viel Interessantes drin und danke an alle. Hier jetzt natürlich an Thomas Enzmann. Über 22 Stunden Belichtungszeit, das lässt auf ein gewaltiges Bild hoffen und natürlich werden wir nicht enttäuscht. Gerade die H-Alpha Strukturen in diesem Bereich sind immer wieder imponierend und dass du am Rand auch schön den Mondsichelnebel drauf hast, ist natürlich besonders super. Bei dir gibt es eigentlich nichts, was ich kritisieren kann. Dass du uns auch immer noch eine Version mit Beschriftung schickst, ist noch schöner. Wirklich ein wunderschönes Bild. Und dann kam gleich noch eine Mail von Thomas, wieder fast 24 Stunden Belichtungszeit, ich weiß gar nicht wie du das machst, ich hätte gar nicht die Zeit dafür, für eine große Aufnahme des Mondsichelnebels. Herrliche Details, wunderschön, ich liebe diesen Nebel und gerade wenn du so lange belichtest, sieht man die feinen blauen Bereiche, die jetzt hauptsächlich vom Sauerstoff kommen, wirklich gut. Ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass der RC am Rand die Sterne doch ein bisschen verzerrt, aber das ist wirklich eine Kleinigkeit und tut der Schönheit des Bildes keinen Abbruch. Vielen vielen Dank, toller Bericht, tolle Bilder, wie immer. Wie sollte es auch anders sein, Gerhard Rehack ist wieder dabei und auch von ihm sind jede Menge Bilder gekommen. Galaxien aus dem Frühling und natürlich sind auch deine Nachtzüglerbilder, wie du sie nennst, aus dem Jänner willkommen. Eine sehr schöne Aufnahme von Jupiter und ich bin wirklich überrascht, dass der Skywatcher 100900 die Fünffachbarluft dazu verträgt, aber offensichtlich geht sich das aus, ohne dass das Bild zu dunkel wird. Nun die ASI 585 ist aber auch super dafür. Sehr schön, inklusive Monde, super gemacht. Und ja, eine ASI 2600MC ist eine tolle Kamera. Ich überlege immer wieder, ob ich mir irgendwann einmal eine gekühlte Astro-Kamera in dieser Kategorie leiste, konnte mich dazu aber bis jetzt nicht durchringen. Der Preis ist mir im Moment einfach zu hoch. Vielleicht, wenn wir dann mal umgezogen sind und ein neues Haus haben und es ist noch Geld über, momentan bleibe ich bei meinen kleinen Planeten-Kameras. Galaxienhaufen wie der Komahaufen sind immer wunderschön und erst wenn man hineinzoomt, sieht man so richtig, was sich da alles an Galaxien tummelt. Super Aufnahme. Und erst recht, wenn man sie beschriftet, denn dann merkt man mal, was da wirklich los ist in dem Bild. Und auch ein wunderbares Bild von M106. Sogar die feinen äußeren Ausläufer sind zu sehen, genauso wie die anderen umgebenden Galaxien. Vielen Dank, tolles Bit. Aber das war bei weitem noch nicht alles. Denn dann kam schon die nächste E-Mail von Gerhard. NGC5353 ist wirklich nicht einfach, da relativ lichtschwach. Und auch hier finde ich die Umgebung mit den vielen anderen Galaxien genauso spannend wie die Galaxie selbst. Und du hast absolut recht, die Details sind großartig. Die Galaxie ist nämlich wirklich klein und du hast sie super eingefangen. Und dann auch noch NGC5394. Du suchst dir wirklich die schwierigen Objekte heraus, aber auch die wunderschönen. Durch, nun du schreibst es ganz richtig, vielleicht eine Kollision von zwei Galaxien, man ist sich nicht ganz sicher, ist diese sehr, sehr spannend. Toll in Szene gesetzt, super Aufnahme wie immer. Danke auch dafür. Deine ungewöhnlichen Objekte, die man doch relativ selten fotografiert sieht, bereichern das Format sehr und ich freue mich schon total, was beim nächsten Video von dir dabei sein wird. Und der nächste, wo ich mich schon gewundert hätte, wenn kein Mail gekommen werde, Philipp Stiegler. Vielen Dank. Auch hier pausiert das Video kurz, lest euch bitte die Aufnahmedaten durch. Und es ist mal wieder so ein richtig schönes Weitfeldbild. Die Sternenfülle in diesem Bereich ist wirklich beeindruckend. Und neben den roten Nebeln, die eben zum Beispiel Nordamerikannebel, Schmetterling und so weiter sehr deutlich hervortreten lassen, sind wirklich die Dunkelnebel in dieser Region eine Besonderheit. Man sieht die Strukturen wirklich schön, die hier in der Milchstraße vorhanden sind. Und natürlich bedanke ich mich auch vielmals für die Beschriftung. Das erspart mir ein bisschen zu erklären, was man hier alles sieht. Diese Region ist wirklich vor allem fotografisch, aber auch visuell beeindruckend. Das heißt, wenn ihr dunkle Gegend habt, widmet euch doch mal diesem Gebiet auch visuell. Da gibt es jede Menge zu entdecken. Tolles Bild, tolle Region. Vielen, vielen Dank, Philipp. Und ich hoffe, du bist einverstanden, wenn ich in das Bild etwas hineinzoome und wir eine kleine Reise sozusagen entlang dieses Milchstraßenbereichs machen. Denn da gibt es so viel zu sehen, dass ohne Vergrößerung zu beobachten ist ja fast schon schade. Mit YouTube füllendem Bild, da gehen viele Details verloren ohne Vergrößerung. Dann haben wir einen Bericht von Andreas Schneider. Das ist ein erstes Schmalbandbild. Wow, also dafür ist der Blasennebel wirklich gelungen. Meine ersten Schmalbandaufnahmen sahen ganz anders aus. Und da sowas sechs Tage dauert, kann ich durchaus nachvollziehen. Das ist einfach so. Aber das Ergebnis spricht meiner Meinung nach für sich. Eine feine Sternenabbildung, wunderschöne Strukturen und du hast es so komponiert, dass die Sterne ein bisschen in den Hintergrund treten, was ich jetzt gar nicht so schlecht finde, da dann der Nebel und insbesondere die Blase besonders strahlen. Und das gibt dem Bild ein bisschen einen besonderen Reiz. Gefällt mir sehr gut. Außerdem kommen so die Farben der Sterne sehr gut zur Geltung. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen mehr von dir. Natürlich ist Bea auch wieder dabei. Und deine Fortschritte sind wirklich unglaublich. Wenn ich da das ein oder andere Jahr zurückdenke, auch da waren deine Bilder schon schön, aber jetzt sind sie wirklich toll. Der Irisnebel ist dir wirklich gut gelungen. Das Blau herauszuarbeiten ist oft schwierig und vor allem die umgebenden Dunkelwolken kommen sehr gut zur Geltung. Wirklich ein hervorragendes Bild. Vielen Dank. Der Elefantenrüsselnebel ist jedes Mal wieder wunderbar und du hast die Farben sehr sauber herausgearbeitet. Den Rüssel sieht man toll und irgendwie wirkt sehr dreidimensional. Super Bearbeitung. Und dann noch ein echter Dunkelnebel. Nur die wenigsten trauen sich an diese ran. Also per Nah 150, da muss man schon lange suchen, bis man solche Bilder findet. Aber es ist dir wirklich gelungen, diese dunklen Strukturen toll herauszuheben. Ein wunderschönes Bild, schöne Sternenabbildung, schöne Sternenfarben, nicht zu übertrieben, aber dennoch sehr deutlich zu sehen. Wirklich super. Und weil das ja noch zu wenig wäre, die Feuerwerkgalaxie mit ihrer Umgebung und den dort vorhandenen umgebenden Sternenhaufen. Auch hier eine sehr schöne Abbildung. Irgendwie kriege ich immer wieder die Frage, ob ich nicht Tipps oder so zu euren Bildern geben könnte, was ihr besser machen könnt. Aber mir fällt nicht wirklich was ein. Ihr seid mittlerweile durchwegs alles so gut in der Bildbearbeitung, in der Fotografie, dass ich nur mehr staune und mich über eure Ergebnisse einfach nur freuen kann. Toll, macht weiter so. Vielen, vielen Dank. Und gerade deine Entwicklung, Bea, ist echt bemerkenswert. Super. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch eine Einsendung von Tom Körner und das Besondere, er fotografiert mit Stellina. Wer dieses vollautomatische Teleskop nicht kennt, es ist eines dieser neueren Smart Teleskope, gehört aber unter diesen zu den Besten. Ein wunderschönes Bild des Adlernebels, jedoch scheinst du dich mit der Beschriftung in deinem Text etwas vertan zu haben. Der Adlernebel ist nämlich M16, während der Omega-Nebel, den du uns dann auch noch zeigst, die Nummer M17 trägt. Wenn du die IC-Nummern angibst, dann ist 4703 ebenfalls der Adlernebel, ist einfach eine andere Bezeichnung für M16. Im Adlernebel sieht man wunderschön die Säulen der Schöpfung und im Omega-Nebel kommen die Strukturen auch sehr fein heraus. Ich habe jetzt noch nie mit dem Stellina gearbeitet, aber ich bin über die Sternenabbildung wirklich überrascht. Schöne Sterne, fast über das gesamte Bildfeld, also eigentlich über das gesamte Bildfeld, Verzerrungen sind kaum wahrnehmbar. Und es scheint gerade im H-Alpha-Bereich sehr gut zu sein, denn die roten Wolkenbereiche sind sehr ausgeprägt, sehr schön, sehr detailliert. Also ich finde diese Aufnahmen definitiv nicht schlecht, sondern richtig gut. Interessant wäre vielleicht noch, ob du die dann nachträglich noch bearbeitet hast oder ob die wirklich so aus der Linie herauskommen, denn dann würde mich dieses Gerät wirklich überraschen. So oder so, schöne Aufnahme, vielen, vielen Dank. Nun, das war es für heute eigentlich auch schon wieder. Danke für eure tollen Einsendungen. Ja, ich hoffe es schreckt Einsteigerinnen und Einsteiger nicht ab, wenn ihr derartig hochwertige Bilder liefert, denn auch Berichte ohne Bilder oder mit Zeichnungen oder auch Berichte und Fotos, auf denen man deutlich weniger sieht, sind herzlich willkommen. Auch die sind für uns interessant. Das heißt, alle da draußen, die das sehen und sich denken, da kann ich ja nie mithalten. Und das geht es nicht. Es geht darum, dass wir gemeinsam die Dinge beobachten, gemeinsam uns an euren Bildern, euren Berichten erfreuen und dabei was lernen. Und das sind Bilder, die vielleicht nicht so gelungen sind oder wenn ihr auch erst am Anfang steht, mindestens genauso willkommen. Also keine Scheu, schickt mir, was immer ihr macht und lasst es uns gemeinsam erleben. Hier seht ihr am Schluss noch ein Bild von mir. Ich habe mich mal wieder an Saturn versucht. Das ist eine Aufnahme mit meinem 8 Zoll Dopsen und ich bin durchaus zufrieden. Ich hoffe aber, dass in nächster Zeit das Wetter noch etwas besser wird. Momentan regnet es hier schon wieder. Und dass ich mich auch mit dem 16 Zoll Dopsen noch ein paar Mal am Saturn versuchen kann, bevor dieser wieder tiefer sinkt. Macht's gut, ich freue mich auf das nächste Mach-Wit-Video oder vielleicht sehen wir uns auch in einem Livestream. Und bleibt gesund, euer Mario.